Liebe Genossinnen und Genossen, ich bin Martin Günther und eigentlich hoffe ich immer, dass so etwas nicht wahlentscheidend ist, aber der Vollständigkeit halber sei gesagt, ich bin 33 Jahre alt, lebe im rotregierten Bernau, bin glücklich verheiratet, ziehe zwei Kinder groß und teile mir mein Zuhause in friedlicher Koexistenz mit einer Katze. Liebe Genossinnen und Genossen, kommen wir jetzt aber zu den wichtigen Dingen. Warum kandidiere ich hier zum zweiten Mal für den Landesvorstand? Wie ihr in meiner Bewerbung im Antragsheft entnehmen könnt, habe ich mich mit viel Engagement in den letzten Landesvorstand eingebracht. Stichworte seien hier nur die europäische Zusammenarbeit, politische Bildung und die Kampagne Das muss drin sein. Mit meiner Arbeit versuchte ich, einen Beitrag zu leisten, die Landespartei besser organisatorisch und politisch strategisch aufzustellen. Insbesondere in der inhaltlichen Arbeit des Landesvorstandes brachte ich mich intensiv ein. Zugegeben, nicht immer zur uneingeschränkten Freude meiner Mitgenossinnen im Landesvorstand. Dafür, dass wir trotzdem fair und sachlich um die besten Lösungen geronnen haben, möchte ich mich an dieser Stelle bei allen ganz herzlich bedanken, die mit mir im Landesvorstand waren. Herzlichen Dank. Bei diesen inhaltlichen und strategischen Debatten hatte ich immer den Anspruch, kritisch zu prüfen, ob wir unter den gegebenen Bedingungen den richtigen Weg gehen und genügend tun. Und vor allem ging es mir um ein klares inhaltliches Profil unserer Partei als Streiterin für soziale Gerechtigkeit, gute Arbeit, Frieden, Antifaschismus, einen sozial-ökologischen Umbau der Gesellschaft und ja, um eine sozialistische Perspektive. Liebe Genossinnen und Genossen, die kommenden zwei Jahre versprechen alles andere als langweilig zu werden. Unklare Wirtschaftsentwicklung mit erheblichen konjunkturellen Gefahren auch für die Gebrandenburger Wirtschaft und die hiesigen Beschäftigten. Zunehmende kriegerische Auseinandersetzungen, Flüchtlingsbewegungen, gesellschaftliche Polarisierung, unklare Rahmenbedingungen für die Landespolitik, beispielsweise beim Länderfinanzausgleich und beim Solidarpakt 3. Und nicht zuletzt werden wir uns in dieser politischen Entwicklung einer Bundestagswahl stellen. Die Bundestagswahlen werden sicherlich ein wichtiger Schwerpunkt des nächsten Landesvorstands sein. Doch wir sollten auch weiter daran arbeiten, unsere Landespartei strukturell und strategisch besser aufzustellen. Ein wichtiger Punkt wird dabei sein, dass wir uns auch über die Zeit nach 2019, also das Auslaufen dieser Landtagswahlperiode, Gedanken machen. Wir müssen in den kommenden zwei Jahren intensiver überprüfen, wo unsere politischen Projekte stehen, wo und wie wir politische Projekte weiterentwickeln müssen und ob wir nicht auch neue politische Projekte brauchen. Insofern bin ich froh, dass meine Idee eines Debattenheftes für genau solche Fragen bisher positiv aufgenommen wurde. Inhaltlich möchte ich mich dabei neben meiner europäischen und internationalistischen Ausrichtung verstärkt um wirtschafts- und beschäftigungspolitische Debatten bemühen. Wer schon mal mit mir zu tun hatte, weiß, dass ich dafür eine gewisse Leidenschaft habe. Stellen wir uns den bestehenden und kommenden Herausforderungen. Dazu möchte ich weiterhin einen Anteil im Landesvorstand leisten. Dafür bitte ich um euer Vertrauen und eure Unterstützung. Danke für eure Aufmerksamkeit. Danke für eure Aufmerksamkeit. Danke. 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 Danke.